So, weiter geht's. Oh no, nicht noch mehr von den Viechern. Ähm... Ähm... Zack, zack. Ähm... Zack. Ähm... Ach ne, warte mal, wir nehmen erst mal... Wir nehmen erst mal das Grauenhafte da drüben. Ist vielleicht besser. Na? So, wir nehmen das hier. Das hier. Schade. Ne, können wir nicht lassen. Bei unserem Zwergen wär's mir egal, aber bei ihr, die kann immer mal noch... Die kann immer mal noch ein bisschen was reißen, ne? Schön. Nett. So, du könntest... Ja, bei dir ist es mir eigentlich mehr oder weniger egal. Nein! Es kann nicht sein! Hm... Ich verstehe. Deinen Trauen. Ach so! Ach so, ja warte, dann machen wir es so. Ähm... Zack. So, gleich haben wir dich. Dann stehe unten! So, dann können wir uns erst mal auf den drüben... Ah, danke. Auf den da drüben... Warte mal, wir machen trotzdem erst mal zu. Du... Ähm... Warte, wir könnten noch das Glück einschalten. Und... Ja, loslegen. Sehr schön. Genau. Durchdringung der Rüstung. Abgewehrt. Zack. Zack. Ähm... Warte, da könnten wir gleich... Und... Ja, viel hat er nicht mehr. Okay. Oh, wirklich nicht mehr. So, dann... Du musst teilen, mein Freund. Oh... Ach so, wir könnten wieder was anderes machen. Warte, halt. Da ist wieder so ein grauenhafter Grauen. Hm... Wir heilen mal hier, ne? Und... Eine Membrale... Ne, diese Membrane, glaube ich, ist wirklich... Ist wirklich toll. Ich glaube, die ist wirklich super. Irgendwas ist jetzt weg, das Glück, ne? Mist. Mist! Äh, warte. Ne, wir machen mal... Das... Machen wir nochmal Glück. Gwendolin verwirrt ist blöd. Ich sag's euch, was ist. Ah! Schade. Kann die vielleicht nochmal... Ja, kann sein. Nein, der macht nicht viel Schaden. Macht einfach nicht genug... Oh, jetzt. Aber jetzt. So. Du bekommst nochmal... Oh, was wir für... für Mannertränke benötigen hier, ne? Das geht auf keine Kuhhaus. Sehr schön abgewählt. Ja! Ja! Super. Und bleib runter! Bleib runter! So. Dann... Ähm... Arcana-Abwehr ist, glaube ich, wieder gefragt. Wir gehen wieder auf den hier drüben, weil ich glaube, dieses Grauen hier ist schlimmer als das andere. Ah, schade. Mist. Mhm. Kommen wir ab. Sehr schön. Wenn er reinhaut, ne? Unser... Unser Grimm-Ring, wenn er reinhaut, dann macht's auch Spaß ihm zuzuschauen. Wow. Die hauen aber auch gut rein. Wartet mal, wie hier noch was Schlimmes passiert. Ähm... Ne, mach noch mal was. Die haben noch zu viel... Leben. Da muss man echt... aufpassen. Mist. Ähm... Macht wir? Mhm. Ist in Ordnung. Mist. Schade. Okay. Und ich würde sagen, dann könnten wir wieder mal... Heilen. Super. Jetzt klappt's wieder hervorragend. Ja, ihr das nicht, aber was soll's. Achso, wir haben keine Dunkelmagie mehr, sehe ich gerade, ne? Ähm... Ah! Dunkelmagie... Geht nicht, doch geht. Dann ist auch sein... Seine Magie... Aber wir haben's auch geschafft. Ich würde trotzdem noch mal rasten, um ehrlich zu sein. So, jetzt haben wir nur noch eine Ration. Schlecht, ne? Kommt bestimmt noch eine. Noch ein Schwung. Oh. Puh. 2000... 2000... 2000... 6000... 2000... 2000... 2000... Wieder vier. Hahaha... Oh Gott! Wieder vier. Hätten wir nur das Ding erst gemacht, nachdem wir alles verkauft haben. Naja, jetzt muss das weg hier. Eins... Zwei... Na? Zwei... 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 Hm... Ja, was ist denn das? Bitteschön. Bitte wohl. Drei... Hm... 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 Ja... Vielleicht. Ja... Weg. Gut. So, dann können wir den ganzen Blunder hier mal mitnehmen. und schauen mal, wie es hier weitergeht. Der ist hier runtergefallen, ne? Wie es aussieht. Super. Super. Aber wartet mal, es sind wieder zwei. Ach, gehen wir erstmal hier rein. Ja, aber hier waren wir ja schon. Aber hier unten waren wir noch nicht. Okay. Okay. Mist. Dann müssen wir... Das mal... Ach so, halt! Was ist denn was mit ihm? Mist. Okay. Gut. Hm... Was machen wir mit dir? Wartet mal. Ähm... Das hier. Du wirst uns... Dunkelabwindung... ...scheren. Verwirrt? Okay. Verwirrt ist nicht gut. Da kam ich was dagegen. Nett. So, dann... Oh! Ich kann nicht! So, du musst wie... Oder... Nee, du machst nicht. Du haust. Du bist dafür zuständig. Nett. Und... Jo... Wartet mal. Im Grunde kannst du hier... ...den schon ein bisschen schädigen müssen. Jetzt schon wieder... Der ist ja wieder verwirrt. War der vorhin schon? Nein! Äh... Was ist denn hier? Der ist so schwach... Der ist so schwach auf der Brust, ne? Der ist so schwach auf der Brust... Der ist so modern. Der ist so Джammer... Ey, wieso sind die so stark jetzt? Ihr seid solche Idioten. Wieso sind die jetzt so stark plötzlich? Okay. Schade. Ja, warte ich mal. Wie ist denn das jetzt hier mit... Mit... Hier, Magie aufheben. Nee, Magie aufheben. Bei allem werden alle positiven und negativen Effekte aufgehoben. Ist das auch mit verwirrt? Ich glaube, ne? Mach ich mal. Aber... Wieso kann ich, ne? Kann der noch nicht mal das? Kann der noch nicht mal das? Echt? Muss das jemand anderes machen? Ich probier nochmal. Aha. Perfekt. Gut. So, dann kannst du heilen. Und dann kannst du zuschlagen. Nee, warte... D-d-d-d-d-d-d. Nosos porc. Nett. Mach mal deine Rüstung hin. Sehr schön. Schade. Ähm... ein bisschen Magie wäre nicht schlecht und natürlich Dunkelabwehr. Aha. Ah, ist jetzt am verrückten. Und Arcana Abwehr. Okay. Können wir beheben. Geht. Schade. Wartet, wartet. Wir haben Heilung. Danke. Oh, ist in Ordnung. Ach, Mann. Stay down. Okay. So. So, ähm, hier. Dankeschön. So, jetzt müssen wir trotzdem mal einen Schluck nehmen. Das ist in Ordnung. Ja! Mal ab. Können wir ab? Könntest du bitte noch mal dich heilen? Wow, wow, wow. Wahnsinn, oder? Könntest du bitte wiederbeleben? Nein! Warum? Verdammt. Ja, dann müssen wir den letzten nehmen hier, ne? Jetzt kannst du doch hoffentlich wiederbeleben, oder? Ja. Ach so, jetzt haben wir die natürlich... Äh... Das ist natürlich doof, ne? Das ist natürlich doof, ne? Das ist doch geschwächt. Ähm... Geschwächt. Geschwächt. Was mit Macht und Wahrnehmungswerte? Dieser Zustand kam mit Erd- und Primärmagie tränken und durch Rasten auf mit Erd- und Primärmagie tränken. What? Das sind Erd- und Primärmagie tränken. Steigert die Vitalität nach dem Verzehr dauerhaft. Moment. 34, 35, 19. Hier, das wäre perfekt für ihn. So, was haben wir noch? Regeneriert die Lebenskraft, kuriert Verwirrung! Aha! Was haben wir hier? Die gesamte Lebenskraft, ja, in ganz großen Ausnahmefällen. Okay, was haben wir noch? Äh, eine Zauberstunde der Kraft wahrnehmen und Glückswerte steigern sich. Ist auch nicht schlecht, ne? Wenn man es mal richtig bedenkt. Hm. Jetzt ist die aber geschwächt hier und ich weiß nicht, was ich machen soll. Gibt es da irgendwie einen Zauber für geschwächt? Oder vielmehr gegen geschwächt, ne? Aha! Nett! Haben wir auch das gelöst. So, wir hätten hier 3000, 2000, 4000. Also, ihr wisst, was das bedeutet. Es muss wieder zwei was weg. Hm. Vielleicht ja das. Aber irgendwie... Ah, dann lieber das hier. Und... Naja. Ja. 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 Ja! Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Dann lieb es so ein... Ach, so eine Armbrust irgendwie. Weiß auch nicht, warum. Aber... Gut. Weiter geht's. Warte, ich muss erst mal schauen, ob meine Fistplanet vorgelaufen ist. Ein bisschen Platz habe ich noch. Weiß noch nicht, wie ich das schneide am besten. Wahrscheinlich werde ich das in zwei Teile cutten. So. Dann... Wohin bringst du uns? Ach so. Hier hin. Von hier gehe ich jetzt wieder hier rauf. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Weil wir haben ja hier noch einen Teleporterpunkt nicht genommen. So. Hier ist nix. Doch, hier ist es. Hier unten ist... Ah, jetzt ist da unten auch noch ein Teleporter. Das speichere ich lieber. Da waren wir auch noch nicht. Wo führt der uns hin? Ach so, zu der Kiste. Ah, danke. Ähm... Ich glaube... Das war wieder die Treppe. Genau. Super. So. Und jetzt... Hier. Puh. Ja, das ist doch eine beachtliche Anzahl. Boah. Boah. Sag mal, können wir da... Vielleicht... Zurück? I'm a little busy right now. Ja, können wir nicht zurück? Wieso können wir nicht zurück? Ich würde gerne hier zurückgehen. Einen... Einen Schritt zurück würde ich gerne gehen. Warum machst du das nicht? Geht nicht einen Schritt zurück. Passt auf. Wirbelsturm. Dunkel. Ähm... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob... Kuhmittel angreifen... Gegenwehr zugefügt. Was soll's? Probier's. Verfehlt. Schön. So, dann... Das hier... Achso, warte mal. Wieso hast du so wenig Mana eigentlich? Ähm... Ich würde trotzdem gerne mal das innere Feuer brennen lassen. Wieso hast du so wenig Mana? 150. Warum nicht? Äh... Du... Arcana. Abwendung. Wala. Okay. Haben wir gerade noch so wie das standen? Ähm... Mach nochmal. Mach nochmal. Und... Eventuell ein bisschen Glück dazu. Okay. Markus ist verwirrt. Das ist schlecht. Das ist mehr als schlecht. Warte. Was können wir noch... Achso, wir könnten hier... ...den noch vergiften. Ach nee, wir könnten den... Ah, bin ich denn des Wahnsinns? Natürlich nicht. Hm. Hey, das wird mir Marc verlassen. Hm, ich verstehe schon. Nee, die muss jetzt trotzdem erstmal hier was anderes machen. Und zwar den wieder... ...zu klarem Verstand bringen, ne? Okay. Wow. Ist schon der absolute Wahnsinn. So, mach mal so. Du... ...hau's dir mal drauf. Du? Ähm... ...ne, dann will ich doch lieber... ...hai... ...kannst ne teilen. Okay. Wow. 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 Okay. Ja, dann musst du... ...dann musst du was mal machen. Verdammt, dann... ...ich versuch mal was. Ob es klappt, weiß ich nicht. Den Schattenumhang. Okay, die hat sich wieder gefangen. Ich mach mal so... ...und mach mal... ...bei dir... ...ähm... ...heilen. ...so. Ja, hier haben wir noch ein Grauen. Hier haben wir auch ein Grauen. Also es ist echt grauenhaft. Es ist... ...mehr als grauenhaft. Wartet mal. Dann so. Und... ...das wieder hin. Okay. So, dann kannst du wieder draufhauen. Du vielleicht... ...solltest nochmal... ...so was machen. Ähm... ...ja. ...und... ...ähm... ...was haben wir denn... ...Glück hätten wir noch nicht. Ja, aber es macht ja nix. Mach mal lieber die... Ja, ja, ja. Ach, und diesmal verfehlen wir tatsächlich. So, ihr wisst... Na? Kommst du? Klarer Verstand. Und... ...ja, geh mal... ...halte ich mal... ...jag 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 mal... ...und du... ...wieder alle... ...ach so, du musst wieder deine Verwirrtheit ablesen. Ja. Das ging momentan leider nicht, mein Freund. Ach! Wartet jetzt. Und da ist er wieder bei klarem Verstander. So, das... ...das war mal eine gute Runde. Da können wir gleich... ...wartet... ...die ein bisschen was geben. ...warte... ...die Runde ging auch... ...die haben wir gut überlebt... ...wann müssen hier... ...jede Runde, ne... ...ist natürlich... ...mit absoluten... ...grauen verbunden. Ah, schafft er wieder nicht. Gut, 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 gut. Aber... ...ah, schade. Jetzt aber. Weg. Mit dir. Dann machen wir erst noch den hier, wenigstens. Ähm. ...warte, warte, warte, wir kriegen das ja. Kein Problem. Schade. Schade, schade, schade. Ah, reicht nicht. Okay. So. Ach so. Ähm, dann... ...wartet mal, klarer Verstand für dich. Mal so nebenher. Ach so, halt. Wartet mal. Das ist ja alles weg. So, das Grauen... ...können wir mal das Grauen hier bekämpfen, ne? Okay, 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 okay. Können wir ab. Dann hier, bitteschön. Hau drauf. Hau drauf. Oh! Jetzt schütteln wir ab. Das herrscht. Ja, ja, ist kein Problem. So, wie viele hundert? Ja, ist in Ordnung. Die hauen wir uns mal rein. Und... ...wieder... ...und tauen uns mal wieder Buffs rein, ne? Ist in Ordnung? So confused. Ne, ne, ist in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Wartet halt, nein. So rumfetzt. Ein Schuh drast. Und... ...dich. Damit du auch heilen kannst. Ähm, was haben wir hier noch? Eigentlich nicht viel, ne? Wir waren nicht lieber da. Äh, hm. Das können wir eigentlich gut ab sogar. Warte, dann kannst du wieder. Nett. 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 Das... ...klappt eigentlich ganz gut, ne? So, passt auf. Jetzt ein bisschen Gift drauf. Hm, vielleicht noch ein bisschen Heldenglück. Dann machen sie vielleicht mehr Schaden. Man weiß manche mal nicht. No, ich kann die. Na, bitte nicht töten. Das wäre echt übel. Ach so, jetzt kann die wieder nicht. Ja, ist halt gut. Und ständig unten. Aber du kannst. Das ist gut da dran. Und dann kannst du so... Hm... Nimm nochmal sowas... ...Halbgares. Nimm nochmal sowas halbgares. So, was haben wir hier noch? Ach so. Wieso haben wir hier eigentlich noch zwei von denen? So, das Grauen. Das Grauen muss weg hier. Das ist ganz wichtig. Das ist alles perfekt. Gut abgewehrt. Gut abgewehrt. Ach, schade. Ich habe es gerade beschrien. Ich habe es gerade noch gesagt. Guck mal. Ähm, dann hier. Geht aber. Geht aber. Geht aber. Hey! Das wird einen Marken. Nein, nein, nein. Es geht. Warte, dann kannst du eigentlich noch eins machen. Ich bin hier wieder... ...bei klarem Verstande. Oder zu klarem Verstande. Ah, das tut mir leid. Noch keine Paunige. So, und dann... Ja, den zuerst. Genau. So, auf geht's. Du willst nicht. Du bekommst sowas. Und so. Ist in Ordnung. Nett. Nett. Du magst nichts mehr. Okay. Ich mag eigentlich, um ehrlich zu sein, nichts mehr verschwenden hier. Ja, ja. Dann lieber mit seinem Dolch oder was immer er hatte. Weiß gar nicht, was er da hat. War er im Dolch? Ja, das ist schlecht. Aber wir können noch was machen. Und zwar mit ihr. Ei, ei, ei. Ähm. Verdammt. Ähm. Müssen wir doch nochmal... ...was eigentlich vermeiden. Oh, was ist denn? Warum? Man bist nur so böse. Da. Wir wollen es uns nicht gönnen. Das war echt hart. Das war echt hart, das Ding hier. Das war, um ehrlich zu sein, richtig hart. Und was haben wir hier? Das brauchen wir nicht unbedingt. Das ist aber eins. Zwei. Also zwei müssen wir... Zwei müssen wir hier... Na? Das hier? Quatsch. 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 Quatsch mit Zoosa, sag ich. So, das wollen wir blündern. Und... Nee, nicht den... Nee, das... Warte, 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 warte mal. Was war's? Das hier, ne? Ja. So, das andere lassen wir hier. Was soll's? So, ich muss erst mal hier... Ich muss erst mal hier stoppen. Nützt nix. Ich muss jetzt mal hier stoppen, ne? Wir machen dann das nächste mal weiter. Hier oben geht's weiter, ne? Oder? Haben wir noch mehr hier? Nee, wir sind von hier unten gekommen, oder? Nee, wir müssen hier unten hin. So rum. Richtig? Ich denke schon. Wir sind von hier gekommen, ne? Aber es ist alles zwei so grau. Ah, es ist ein Blödsinnstink. Also dann, ciao, ciao fürs Erste.